er zieh dich Aua Fuck Ich lasse es auf den Flugzeugträger zu starten hinter dem anderen Jet Ich geh top solo ne? Ich? 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 Warte mal, Canon geht Mitte ne? Dann gehen ein von den beiden Range gehen die hoch Morkai oder? Morkai? Nee Danke Ich? Uhm Oh going Jan Kat Bayern Band Dasimi Ye tane die Hörer hat und er kann ja nicht Hunger noch haben die Verhandlung ich weiß die Hälfte ich mache keinen Ort groß oder kein Schuss das weil er kann ich nicht die und ihre Köln 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 die das war auch so übelst du ein Schausalter wie ja und dann mal gemacht wieder eine vierte die alte Bildung der SNG ist Kälte wieder drauf gehen aber auch und die Probe nur die Übungen und guter Alter ich bin und mitgegeben der Kugel in Zeiten die Oh, du riechst. Oh, achso, Leute. Sieht doch voll strange aus, oder? Oh, f***ing hell. Nein, guck ich mal den Boden an! What the f***, das hilft mich. Nein, guck. Warum macht ihr eigentlich noch? Yo, was macht ihr da? Tanzen. Oh, da hat das passiert. Hey, hey, lasst ihr dich. Yo, der geht rein und blau, oder er geht's botchen. Oh, ist schon gut. F***, ey. Oh, da haben wir Kate. Katelyn macht dich fertig, Shulan. Ach, alle sagen, wen ich mach Katelyn fern, alle sagen, Katelyn mach's fern. Wer will letztlich auskissen, der wen fertig macht, sondern ihr soll. Oh, Junge! Jetzt verräg ich dich auch noch. Los! Ich hab irgendwie keinen Bock mehr zu zocken, ey. Ja, wer macht hier wen fertig? Ja, Herr Morka hat mich fertig gemacht. Ja, was rennt sie auch rein? Wo töten? Ich will töten. Töten. Ja, super. Komm, ich mach double kill. Double kill. Ich weiß nicht weit. Du hast ja Katelyn gehabt. Anscheinend. Scheiße. Bot fehlt. Taublich. Beide fehlen unten. Komischerweise. Die warten doch nur, um rauszukommen, um mich zu töten, ey. Bock, der war doch grad hier oben. Und diese fallen, Mann. Ich will da nicht reinrennen. Ich muss mich an den hochleadschen, ey. Müssen wir jetzt ein bisschen pushen. Das kann ich nichts gegen machen. Das ist doch viel schwieriger als ein paar kranker als ihr, ja. Also, das schwert dann immer da alle. Hä, bot ist weg. Immer noch. Guck. Guck. Fick it away. Die haben den gar nicht gemacht, ja. Ja, die. Aber ich kann so nicht. Können die eigentlich Hä, wieso habe ich so einen hohen Ping jetzt? Maaan So, jetzt besser Hey, jetzt kommen wir hier nach oben Hä, wieso leck ich wieder so stark? Ich hab keine Downloads an Hey, es ist wieder so behindert Warte, nur warte, noch ein bisschen Oh, jetzt hab ich das Gefühl, dass sie erst riechen Irgendwie, ich hab mal an die Beweinsen, das ist ganz komisch Okay, warte Warte Mako, go Davor kann Bock mal auf die Botlane Was ist mit Mitte? Alter, wenn du jetzt mit Mitte gehst, verkackt zu gehen Ach, was ist von Kennerin Was ist mit Mitte? War wohl nix Fuck ey Oha Ja, die dürfen mich gleich Ja, ich glaub nur, oder geh fix zurück, ich stell dann meine Puppen auf Ja, geh du jetzt jetzt zurück, ich kann die noch ein bisschen aushalten Ja, guck, 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 ne Ich versuch den ihm jetzt, ich kann ja nicht essen, wenn ich spiele Ich hab ja keine Ahnung Boah Du legst den auf dem Fensterbank da nicht Das hat er mich gekrittet Nee, er Was ist das denn, ey Wir leiteten das Gespräch grad, ich nicht, ne Okay Mit hier? Boah Einwärtig Das ist okay, wo ihr guckt Einwärtig Scheiße Das ist doch kacke, Mann Einwärtig Bericht und Anni Ja, Junge Engel ist auch auf dem Fall sein Jo Jo ich ich sehe ja nicht aber es ist so behindert hat die auch noch Clarity ja 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 der tower ist down in einer wave oder zwei ich bin schon auf dem weg das bringt glaube ich nichts mehr obwohl doch komm schon komm schon um endlich ich kann zurückgehen wir können es übel schlecht Warte, wir können hier pushen, ne? Dann pushen wir jetzt hin. Die haben zweimal Teleport. Toll lächerlich. Na, so echt zerreiß ich wie immer. Jeden Artikel zerreiß ich mit Rumble um. Wocker ich mich. Wie der ist? Ja. Ich hab überhaupt keinen Partner mehr. Kein Problem, bitteschön. Ey, ich bin hinter dir gerannt. Siehst du vor mir. Ja, als Maul, Mann. Oh, er passt doch schon. Amuma war kein Ulti mehr. Boah, sind so tanky, ne? Erstmal die Blockdown. Ohne Pro. Okay, da gibt es schon. Ey, das ist so kacke, Mann! Ken, Mia. Bin tot. Ja, wo gehört! Der aber immer um will man gar nicht lassen. Der Walau und einem Joh PREIKazion. Den hierher verrückt sie mit mir. Oh Junge ist die echt schlecht. Ist alle irgendwie voll schlecht hier. Oh wo kann man Momo jetzt der rein, wow. Lass Drang machen, ne, haben die schon, egal, lass Drang machen Hä, lass Drang machen, egal, hab ich schon, zeig mal Ja, komm einfach mal her Ist er noch da? Ja Ach, jetzt tank ich den, ey Fuck doll Ja, ist gut, dass du mal tankt rot Mann, ich verreck' an dem Verreck' doch nicht, Mann Ich hab' nur kein Mahner mehr, weiß Ja, geil, Mann Ey, verkwist' dich Ja, klasse Was macht ihr, jetzt habt ihr auch den Dragon-Pack? Soll ich dich? Ihr seid da drauf Schau, ich komm mit dir Nee, hab' kein Mahner mehr Oh, Mann, Alter Was hat... Ach Ich mach' nicht in die Mitte Nicht Leon Oder doch Leon Bin, sie sind die Man hat dich da, lebt Mach' nicht mehr Du kannst du nicht mehr Ich hab' nie gehört Habeh, ja Ja, sprach' mir Ich hab' ein gewissinken Ich hab' diese Hemm Ich hab' hier Ultimear. Leck! Ey, ich auch, man. Oh, Glück gehabt, dass ich den Ding so gut gesetzt habe, ey. Das Leck ist ja tausend. Scheiße, das Leck. Das ist kackig, ich hab mein E halt nicht geskillt und... Nein. Ah! Minions! Verpiss dich, Leon. Oh, wenn ich jetzt ultimiert hätte. Oh, Mann. Was macht denn die für'n Schaden, Alter? Wer? Okay, die hat ja schon zwei Kills gehabt, ey. Das gewusst das, ey. Gehihihihihi! Ja! Hahahaha Trett gegen der Mumu rum Er ist überall der Bastard Paut mir ja immer noch mit Potsdam Potsdam Aber Rattenschaft, ich meine, du und die... Oh, da kommt doch noch mehr. Ich komme, Marc. Lelaminat. Ja, mach go. Junge, wie hab ich den denn jetzt verkauft? Oh, lauf. Oh, Junge, was macht der denn für einen Schaden? Junge, ja, ist klar, wie ich mich noch... Jo. Was macht der Mumu denn bitte für einen Schaden, Mann? Ja, an dir. Ja, das nervt. Ich lass' egal an wen, der macht Schaden. Du hast doch wenig Leben, letztens tu ich, ich spiel sie. Die diven mich. Ja, da kann ich nix mehr machen jetzt hier. Boah, der killt mich! Ja, den haben wir noch erwischt. Boah! Der hat mich fast gekillt! Scheiße! Boah! Ich hatte mal Schaden. Ah, Mumu! Ich hatte volles Leben, eher ein Drittel oder so. Krass! Das ist mein Schaden. Ich hatte mal die Rechte, die sind nicht so gut. Aber ich habe schon schon mal die Rechte, die sind so gut. Ich hatte mal die Rechte, die sind so gut. oh die bot lane hier ist Katelyn hier ist Katelyn gewesen da ist sie ja klar dann kommt der von hinten komm wir gehen auf Ash Mann 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 Spaß hier ich hab gesagt ich komme mal komm wir gehen auf Ash Junge ey wir hätten die übelst gegangt komm wir werden mit so viel ab hier schaffe ich den nicht ach so ja ok warte das schaffen wir noch hallelujah weil ich so abgehen der einzige der hier abgeht bin ich der der hier die Leute feiert für mich Jeeeeh jetzt kommen langsam die erfolge erfolge hier und wir nehmen jetzt auch wieder schön wenn wir nicht fahren lassen so auch so von Pippen ich konnte meinen Kuhniggenpacker ich war direkt mal von der man richtiger Nutzung also der Rumble von dem wir sind ja jetzt anfangen der ist wie so schlecht das ist ja auch wieder alle es gibt die Fresse Junge jetzt peter wieder ab ja, das kann er nicht auch ich bin die Hoca motiviert dass wir reingestattet und wir nichts haben bis wir wieder play guck ich hab 2-1 2-3 hier außer Aria und ich haben positive Sätze das rechnest nur grau-pick ich hab auch Positiven wir haben die Gap ich hab das kommt noch hier ja und der vierte Niederlande ich will es noch nach auch keine Sorge dass die kleinen Dinger mal da wollen die Eltern sehen denn die Gäste da werden er ist jetzt noch mal was machen von der Barriere Kettlin ist an der Seite haut einfach ab oh Mama, kein Mana keiner ist gestorben, ist der Krupp, ey und diese Kelke, ne, macht Wurst Damage Wurst Damage? ja ja, woher sind die bei uns im Jungle aus? fuck, ich komme oh, der ist so fehl, der Klin, ey ja 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 Boa oh oh kommk ole in den Buschlefon ich Heinzee classe ja, is atual die Bäume am besten jetzt los, wir haben auch noch ihr Weg da los ich hab euch sproduct doch bald wie ähnlich der Kanzler sowieso der Klinik so kommt am oben und von mir musste nun schon okay 5 Kurschen wo steht der Traumablier auf meiner Rede ich wollte nur wieder nachdem man mit ihm war nicht nur ein bar so viel schaden und wirklich nur dort vorne weggehen hat die die mit der anderen geht locker drauf die sich jetzt schon kommen mitzunehmen finiti ich bin wir haben sie nun die wettbewerbung und ich bin zu scheiß bei mir aus Richtig bad, Alter, wie graf egal Den Red darf ich machen, oder? Minas, krieg ich den Blue-Buff? Ja, kannst du auch haben Aber ich kipp hier wieder alles ab, ne? Wieder echt spendabel heute Oh, jetzt bin ich im Stil Du, ich bin Mic exemplar Ah, du bist der Hame Rettt ja gar keinen Mal an Oh, shit Ey, nicht, nicht, nicht Lass ihn, lass ihn einfach Sonst klaut er den Oh, Junge Ich hab den, die Ja, klar Ja, klar Ich bin tot Ja, klar ich bin not, 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 ich hab ihn, ich hab ihn, ha, NEIN! Du musst auf, du hast es nicht gesehen. Dann bewegt dich. Ich komme. Hoa. Ja, nö. Nein. Oh, dieser Stun war echt unnötig jetzt von der fucking Ash. Jetzt sieht er sich noch. Mark, gib alles. Oh, dieser Amumu, der ist ja gottgöttlich, alter. Gottgöttlich. Was der aushält. Der macht dich platt, der macht dich platt, der macht dich platt. Ne, doch nicht. Okay, doch, ey. So ein Opfer. Ja, ich hab nur 60 Sekunden Pool, da und reicht nicht. Das ist so ein Opfer, Junge. Gott. Leute, Trippel-Kehler hab ich in dem Fight hier gemacht. Trippel. Ja, ich glaube, die haben eine geilen Auflagen. Spielstil. Und ich hab immer noch positive Steps. Ja, ich hab immer noch positive Steps jetzt. Ich hab immer noch positive Steps jetzt. Alles wie gezeichnet. Schau ich Geld, Len? Ne. Ich mach es trotzdem. Oha, das ist mega schlecht. Das ist übrigens Bett. Oha. Da geht's doch. Scheiße. Scheiße. Du gehst ja ab. So, jetzt ist das zum Dragon. Kill den dann noch und dann zum Dragon. Komm schon. Oh. Hältst du mir? Ich komm zum Dragon. Oh, weg, 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 weg. Geh weg. Ja, kommt her. Ich fang den schon an. Da zieht der wiederholt mit. Was denn, Junge? Die war göttlich wie ich mir. Ey, komm. Alles wie gezeichnet. Alles. Alles wie gezeichnet. Aua. Zum Rocken, Alter. Oh, nee. TR, Timmermann regelt. Oben, meiner muss da einer. Hier, ich bin meiner mit Maukei. Ich kann nicht reinhängen, bin ich tot. Ich bin unterwegs. Ich will die Minions. Ich kenne schon TR, Timmermann regelt. Ich will dich, Alter. Der Teleon will kackt ab. Nein, das war ein Minion-Hit. Ein Minion-Hit, der ist ein Minion-Hit. Ah, schade. Minion-Hit. Die Schlechtkeit, Linsen, unglaublich. Und Rumble. Ah, der vierte. Ein Flaming, noch mehr. Ich trage wirklich. Oh, die Scheiß. Was machst du denn? Dann drücke ich. Alter, der vier. Genauso wie sie laufen. Was ist denn? Jo, ey. Hast du es mitgekriegt, Marc? Er war tot. Wir hatten Barron. Wir wollten Barron machen. Und er so, wenn ihr jetzt Barron macht, ne? Dann lieb ich. Und wir waren halt voll am Gewinn, ne? Ohne Probleme. Und dann, wir machen Barron. Er liebt. Dann verkacken wir noch die Inhibitor von uns. Haben wir erstmal fett geflamed. Dann haben wir doch noch gewonnen. Er liebt. Ja, weil er wiedergekommen ist. Wenn er nicht wiedergekommen ist, wäre er irgendwie übelst verloren. So, ob der macht Ultimate. Doch nicht. Kei-Kin zu schlecht, ne? Und wer macht Kei-Kin fertig? Was sollst du Kei-Kin? Möge die Ratschüsse-Facket? Nee. Ja. Boah, da hat jemand gestealt. Alter. Alle vier, komm. Ey, komm, ey. Ich hab mit Schirr. Was geht ab? Wo kamen die alle her? Ich hätte fast nicht von vorne gemacht. Komm, wir lauern die alle auf. Da. Unten. Nice job. Oh, was denn? Ich war froh, dass ich mir bitte noch gucken will. Mö. Ein. 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 Mehr als abgreifen war das jetzt auch nicht. Ich wette, Marco hat die ganze Zeit gar nichts gemacht. Nur am Ende hat er seine Flammen-Dings da. E-Mas, komm, ey. Mach, mach, mach. 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 Eben Facebook. Okay. Und ich hätte jetzt solche Wichser, ne? Gut, dass ich etwa Blue. Willst du Blue haben lernen? Ich wär Blue. Ich ziehe. Wär nice. Das wär nice, oder? Wär nice. Ah, fuck, ich hab zu spät. Hallo, meine Wölfe. Leute. Ich krieg. Late Game, Junge. Oh, ich hab keinen Bock mehr, das aufgeben. Ich hab keinen Bock mehr, das aufgeben. Stimmt. Fick dich, man, okay. Mal kennen, fertig, komm. Ich hab keine Ahnung, dann lass ruhig. Hier ist immer gut. Junge, 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 Junge. Ich fau ab, ne? Man, ich muss mir jeden, jede einzelne Goldmünze mir ersparen, hier. Ich glaub, Junge, du kommst aus Griechenland, ne? Hehehe. Man. Bin da tot. Ammo, mach Ulti. Auf niedrigen Cooldown. Und da geht's, da down. Lach doch rein, lach doch rein. Ich bin dabei, ich bin dabei. Komm schon. Meine Ulti ist auf Cooldown, scheiße. Die sollten mal ihre ganzen Ultimates nicht nur für zwei oder einen Typen verschwenden. Komm, facken, ey. Slow, man. Ich könnte so ausrasten. Lass den Baron machen. Wir sind doch. Schaffen wir das? Ja, kommt mal her. Oh Gott, das war ein Fehler von mir. Egal, du hast auch einen Kill gekriegt. Kriegst du auch noch. Nee, kriegst du nicht. Ich mach mal eine Ultimate, Leute. Fahnd da. Fahnd da, rand an den Fisch. Wenn du triffst, dann geh ich drauf. Go. Schaden mag. Hey, brülelele. Was ist das für Schaden? Hehehe. Hehehe. Na ja. Na ja, wieder nicht so gut, ne? Hehehe. Hab schon Besseres gesehen. So nett, ey. Wenn du jetzt gestorben wärst, hätt ich auch mal gelacht. Ich auch. Hehehe. Scheiße, Hauptsache. Das ist die Lingerlinie. Nichts drauf, die Pisse. Aber die anderen flamen. Mark, meine Minions. Boah, fick dich. Oh, jetzt hat er dich gecharpt. Ich hab nie mehr Damage-Items, das ist das Geile daran. Stimmt. Oh, no. Neon. Neon. Wollt mir ein Flitty-Edge. Dann hat man sich nicht wirklich Fire anmachen können. Das ist ja auch geil. Hey. Der Drang ist da, ne? Das finde ich so dumm, ne? Ey, der pottet sich noch einer. Geh weg. Ja, jetzt muss er's durchziehen. Ja. Egal, dann. Dann verreck. Mark ist immer noch am Train dabei. Guck, jetzt kommt Minas daheim hin. Tag, Tag. Da, Mann. Noch mehr Wangen, Mulde. Oh. Und die nicht aufgeben, ne? Und die nicht aufgeben, ne? Kann ich noch ein bisschen Scheiße labern? Und die nicht aufgeben, ne? Ja. Ich hab' das. Ja. Ja. Na ja. 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 Du magst spielen sollten, ne? Der war so ein Typ. Du hast ihn gelitten, ey. יך? Ich hab' den gehört ausgelitten. Jetzt kommt die Lache wieder. Das wär für dich. Sollts du mal vor wirken, oder nicht? Nein, das ist ich nicht. Minas, I hate and fail. Lass dir Zeit! Lass dir Zeit! Habt ihr Zeit? Unwachst du im Mund! Komm! Hey, 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 hey! Nice, Leon! Nice! Oh, oh! Ah! Scheiße! Guck mal, hättest du ein King-Könner jetzt! Damit hätte ich jetzt nicht so ganz gerechnet, aber egal! Super! Das hat nichts! Oder? Junge, aber gegen den hast du halt nichts! Oder? Doch! Junge, was musst du für schaden? Ja, Vayne, im Late-Game, das ist immer so! Es ist nichts besonderes! Boah! Auch noch Dick-Life-Leach! Krass, ey! Ach, du hast das neue Item gekauft! LOL! Das ist so stark, ey! Ist das geil? Voll geil! Es sieht auf jeden Fall geil aus, wenn die Blitze da rauskommen! Ja, vor allem macht er Schaden und du haust da auch schnell zu, ne? Naja, das ist am Ende nicht mehr cool! Am Anfang ist das richtig geil! Genauso wie du, Leon! Wir wissen's doch alle! Mark, Alter! Mark! Ich weiß, wo du wohnst! Haha, ich auch! Nein! Minas ist mein Blue! Ja, ich gewandet es, Junge! Warum hake, Alter? Ja! Okay, jetzt ist die... Stierf! Woh, wenn ich... Woh, wenn ich ein Guide auf dir draufgeben könnte, ne? Woh, ne Scheiß! Fuck, hab ich mein Ultimae rausgehauen! Idiot, ey! Ja, ich hab mein da rausgehauen! Für den Blue-Buff! Wir müssen jetzt bei ihm 50 Sekunden-Dev spielen! Da sind welche... Oh, da sind welche! Hau ab! Hau ab! Leon, komm auf den Teamfight! Oh! Hey, ich dachte, der ist schon explodiert! Oh mein Gott! Hätt's weg hier, oh oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ich belebe die mit... Mit... Keine Ahnung! Nee, doch nicht! Wie? Ja, die Idee! Yay! Leben! Fuck it! Man gibt Gas, Alter! Ich kann ja eh nix treffen, Junge! Die Dive in mich! Doch, man! Hey, hey, boy! Ist sofort... Tod! Ja, die macht's bei uns, das ist gut! Und... Ja, die macht's bei uns, das ist gut! Ja, ich bin schon in Baren, was denn los war, ich bin... Nee, nee, nee! Ja, guck mal, die Walle laufen! Ich lege noch ein bisschen! Die lege jetzt nicht! Die lege jetzt nicht! Die machen Baren, nein! Die machen Baren, nein! Die machen Baren, nein! Die machen Baren, nein! Nee, geh mal nicht in Alter! Doch, was zur Ultimate? Mach ich geh nicht zum Baren, Alter! So, dann haben die schon! Nee, doch noch nicht! Zerkloppt die einfach! Vimi, war das grad voll fehl, ich konnte mein Ultimate nicht zünden, einfach! Ja, Leute, wir müssen aufpassen, wir müssen... Wir dürfen keinen Gruppenfight machen, die... Also mit den Ultimates würden die uns so fertig machen! Ja! Ja, wir haben das jetzt immer nur gewonnen, weil Amumu und Soi sein Ultimate immer nur für 1 oder 2 Leute verschwendet hat! Das ist wirklich so! Ja, nein! Nein! Wenn der jetzt... Kein Dings hätte... Geh mal einer pushen Vayne oder so! Drang? Ja, mach mal! Ja, ich kann euch alleine händen! Doch! Ja, vier sind weg! Deiner ist cool! Baren ist noch da! Oh! Was haben die gemacht? Die haben gar nichts gemacht! Oh, hier ist Mokai, ey! Ich komm, ich komm, ich komm mal! Ey, da ist ein Shima, Mann! Der weg! Rauch! Geh drauf! Trau-Motter rein! Ja, und jetzt nicht tot! Ei, Marc, rein scheiß! Komm, Marc, wir machen das! Wir machen den Shit! Noch nicht alleine dann! Mach den Bot Tower! Komm! Amomo ist da! Egal! Gut drauf! Gut drauf! Mein Blatt! Weck da! Nice! Ganz kick, Junge! Der ist tot! Nice! Liedscht dich hoch! Hau ab da! Hau ab da! Jetzt hier Mitte ganken! Ich kann nicht beides dürfen! Wenn die wollen, können die es leer haben! Irgendwie müssen wir in der CC-Regel! Ja, wie sowieso! Ich meine, gut, eigentlich nur ich, weil du bist sehr überflüssig, aber... Hahaha! Ich muss jetzt kommen! Schade! Boom! Was ist denn? Was war das denn? Baren? Junge... Baren? Wie war das? Baren? Was ist denn Inhibitor? 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 Spawning Spannies! Ich fang den Baren an, ne? Alleine! Scheiß auf alle! Mast-G, Baren Solo! Ich bin jetzt auch gleich mit Level 18. Alter, bist du noch nicht 18? Oh! Ich bin in eine Falle reingerannt. Keine Ahnung, bestimmt so übel schnell, ne? Mach jetzt! Fresse, Mark! Was machst du da oben? Nicht da oben! Wir locken! Hol mal recht da hin! Falls ich gleich komm! Oh, wo ist er? Los, Möse! Oh, hier ist ein Mumu! Hilfe! Mark, Mark, Mark! Nö, ich bin ja schlecht! Jetzt! Ob ich noch ganz knapp bin in Ultimatern stehen! Na! Alles wie gezeichnet, ich brauch dich nicht, Mark! Okay, weg ich mir! Na, nicht, boh, dich wohl! Du bist mein Held! Du bist mein allerliebster Schatz! Weil ich dich so gerne kuschel! Ich brauch den Leitner! Schlupf, 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 schlupf! Oh, äh... Oh, äh.. «Wiss mein immer liebster lieber liebster lach. - Das wäre ich mit mir und das bin wohl nicht. Aber du hast einen Schatz, ich komme nie zu spü der Ort was macht ihr da? Wir haben Rumble, lasst uns die Top machen, die Schweine Ja, ich würde auch ich habe alles ok, Minas, oder wäre ich zu fies? die kommen die Kern halten von der Dings vom Torit Ich mach mal Go Van das ist so krank ey, plus Amumu ist so ein gutes Team eigentlich Ah, das war es zusammengeworden Focus Way Me Guardian, ja und jetzt guck dir die Z wieder an, der Unterschied ist Ich bin fünfmal besser Das ist okay, ich war, du musst ein Kill mehr Die haben alles von denen zerstört Stimmt, die haben nix mehr Nein, bist du das Idiot, jetzt regen die doch weniger Aber doch, jetzt explodiert er zweimal Doch nicht Ne, die haben sich gespielt gemacht Ja, aber die Versagen also Der Botte hat zu versagen, ne Toplane war einfach bombig Das Ding ist einfach Ich war einfach King Ich war einfach Ich war einfach Ich war einfach